Es ist immer ein Selbstgespräch, egal ob du mit deinem Körper sprichst, egal ob du mit deinem Geistführer sprichst, egal ob du mit Gott sprichst. Es sind innere Gespräche, die führst du alleine und darin, in dieser Erkenntnis, liegt deine komplette Macht. All die Fragen, die du hast und die du deinem Körper stellst und die er dir scheinbar beantwortet, all die Fragen, die du an Gott hast, die er dir scheinbar beantwortet, sind deine Fragen. Und all die Antworten, die du von deinem Körper bekommst und von Gott bekommst oder von wem auch immer du fragst, sind deine Antworten. Und deine Macht liegt in dieser Erkenntnis und genau darin zu erkennen, dass du die Fragen stellst, aber dass auch du gleichzeitig die Antworten hast. Da liegt deine Macht. Hol sie dir zurück. Melde dich an für meinen kostenlosen Workshop am 17. Mai um 20 Uhr und finde die Quelle deiner Macht in dir. So wirst du vollkommen autonom, souverän und selbstbestimmt. Da liegen deine Wünsche. Sie sind da, sie warten nur, bis du kommst. Ich fahre die Suche. Die Wünsche痛.